Dämpfer für Schalke 04 im Abstiegskampf. Nach dem furiosen 5-2-Sieg gegen den direkten Kontrahenten Hertha BSC muss sich Schalke jetzt nun bei einem deutlich besseren Gegner geschlagen geben. Und das sehr deutlich. Beim SC Freiburg gab es eine, wie schon davor, eine deutliche Niederlage und das auch völlig verdient. Schalke war an diesem Tag einfach nicht da. Und auf der anderen Seite, SC Freiburg ist einfach eine Mannschaft, die stabil ist, die einen extrem ausgeglichenen Kader hat und die vor allem auch weiß, wie sie Spielen gewinnen kann. Und da war Schalke heute einfach kein Gegner. Starten wir mal rein in die Partie und Schalke hat trotzdem aus dem Spiel gegen Hertha ein, zwei Verletzungssorgen mitgenommen, nämlich Skarke und auch Ferman im Tor. Deswegen Schwolo auch im Tor, der ja auch schon gegen die Hertha im Tor gestanden ist. Vorne Terodde, während bei Freiburg natürlich der arrivierte Kader mit Grigoric vorne, Grifo links, Günther. Man kennt sie, das ist einfach der Freiburg-Kader, der konstant spielt, der manchmal nicht so attraktiv spielt, aber einfach extrem effizient. Die Mannen von Christian Streich und so gingen sie in die Partie hinein. Und die Freiburger starten auch gleich mal gut hinein ins Spiel. Michael Grigoric, der Ex-Schalker, ist es natürlich, der es 1-0 macht. In der siebten Minute nach Zuspiel von Rizzo Dorn ein wirklich schöner Abschluss ins Eck vom Tor vom Schwolo und damit 1-0 für die Freiburger schon relativ früh in dieser Partie. Natürlich ein Rückschlag für die Schalker, die natürlich versuchen, hier was mitzunehmen, denn der Spieltag war eigentlich sehr gut für sie, denn sowohl Hertha, sowohl Bochum haben verloren, auch Stuttgart nur mit einem Unentschieden. Aber Freiburg war hier einfach schon in der Anfangsphase klar voran und Schalke war nicht wirklich im Spiel sehr fehleranfällig und konnte auch ihr Spiel nicht aufziehen. Freiburg nutzte die Gelegenheiten eiskalt aus und so war es dann auch in der 35. Minute, wo wieder mal Grigoric nach einem, ja, fast Eckball, danach gab es eine Flanke hinein von Kübler, der den Ball mit dem, ja, mit dem Kopfrücken, kann man fast sagen, ins Tor von Schwolo befördert. Ziemlich unkommerzionelle Technik von ihm, aber das ist halt typisch Michael Grigoric und somit 2-0 für Freiburg in der 35. Minute. So geht es auch in die Halbzeitpause mit einem 2-0 Schalke, nicht wirklich existent hier. Freiburg, die spielbestimmende Mannschaft, die Mannschaft, die klarerweise hier auch um Europa mitspielt, im Europaparkstadion, auch ganz witzig. Und Schalke muss sich was einfallen lassen in der zweiten Halbzeit. Und das haben sie jetzt nicht wirklich, denn Freiburg blieb weiterhin dran und aktiv und vor allem auch giftig in den Zweikämpfen gewann die meisten zweiten Bälle. Grigoric immer wieder lästig, vor allem auch zwischen Matriczani und Lenz, die auch ein bisschen überfordert waren mit diesen Freiburgern, die extrem souverän wirkten. Und so war es nun mal eine, ja, Folge der Zeit. Dann fiel es 3-0 durch Höhler, nachdem Grigoric der Ball abgeluchst wurde, der Ball kommt perfekt zur Höhler, der den Ball aufs Tor bringt und Schwolo schaut da nicht mehr gut aus. 3-0 für Freiburg in der 52. Minute. Schalke hat im Hinspiel gegen Hertha gezeigt, dass sie Drucksituationen umgehen können, dass sie gegen direkte Kontrahenten auch zeigen können, was sie abliefern können. Aber gegen Freiburg war es einfach eine Nummer zu groß, auch zu diesem Zeitpunkt schon. Und Freiburg spielte das dann einfach extrem gut runter. Man sieht einfach, warum Freiburg in den letzten Jahren so gewachsen ist als Klub und als Mannschaft unter Christian Streich. Die können das einfach und Schalke im Gegensatz eher mehr chaotisch. Der Kader natürlich auch nicht gut genug für die Bundesliga, muss man ja sagen, aber zumindest nicht gut genug für, ja, langfristiges Bundesliga-Verbleiben meiner Meinung nach. Und so, ja, 3-0 in der 52. Minute durch Höhler. Ja, und Schalke sah hier auch keinen Stich mehr, auch wenn man mit Aydin und Owe noch ein bisschen Stabilität versucht reinzubringen und Kral immer wieder versucht, in den Strafraum zu kommen, machte Freiburg sogar noch das 4-0 durch Matthias Ginter in der 82. Minute nach einem Eckball, wo er Nummer 1 schieben muss. Einfach ein gebrauchter Tag für Schalke und wieder ein bisschen so, ja, auf den Boden der Realität gekracht, würde ich sagen, während Freiburg hier natürlich weitermacht, wo sie auch in der ganzen Bundesliga so einfach auch angefangen haben. Konstanz, gut spielen, vor allem zu Hause in der Macht sein. Die sind einfach extrem gut, haben einfach eine stabile Mannschaft. Und, ja, somit ein klarer Sieg für die Freiburger gegen Schalke. Schalke kommt nicht vom Fleck weg, wäre gut gewesen, noch mitzunehmen. Natürlich war Freiburg Favorit, aber im Abstiegskampf wäre es nicht schlecht gewesen, vor allem nach den Ergebnissen der anderen Kontrahenten. Und Freiburg weiterhin oben platziert in der Tabelle. Was hat jetzt in diesem Spiel verdienter Sieg von Freiburg? Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Aber glaubt ihr, Schalke kann hier noch bis zum Ende den Klassenhalt schaffen? Und was ist für Freiburg möglich noch in dieser Saison? Gerne zu eurer Meinung in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gerne den Kanal abonnieren, auch gerne dem Video ein Like geben. Würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen sportlichen Tag. Bis zum nächsten Video und ciao.